Ja, Gigi, da seid ihr ja wieder und ich habe schon gedacht, ihr hättet mich verlassen, aber ihr seid noch da und wir gehen jetzt hier rein, denn wir sind immer noch im Super-Let's-Play. Oh, ich habe aber echt, also ich habe im ersten Video schon gesagt, ich habe jetzt ein Jahr lang nichts Let's Played und nichts hochgeladen. Ich glaube sogar länger. Alter, ich sage euch, wo soll das, achso, das ist hart. Ne, was heißt, es ist hart, es ist nicht hart, aber es fehlt einem tatsächlich so ein bisschen, wenn man, ich habe jetzt ja nie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das professionell gemacht habe, wir haben ja immer nur scheiße Let's Played und wir waren ja auch nie gut, wir haben auch nie Viewer gehabt oder irgendwas anders. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, man macht es, ich habe es nie gemacht für viel Views oder so. Ich habe es halt gemacht, weil es mir Spaß macht. Hallo, was ist das denn? Ein Pentagramm? Pentagramm. Auf dem unteren Teil der Karte steht ein Code. Ich sollte ihn mir aufschreiben. Was? Wo? Das da? Muss ich mir das jetzt aufschreiben? Das komische Fall nach unten, Blatt und Stern. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich mir das jetzt aufgeschrieben? Ja, geil. Woher kommt diese Musik? Das ist ein bisschen unheimlich so aus. Ich meine, das ist nicht gruselig oder was, aber das ist schon so ein bisschen, so die Atmosphäre und so ist schon geil im Spiel irgendwie. Wow, das ist unheimlich. Die Schallplatte habe ich nicht aufgelegt. Einer der Knöpfe fehlt. Spielt eine Art Voodoo-Gesang? Ich glaube, da können wir im Moment leider noch nichts machen. Aber ich glaube, wir können jetzt das ist echt ein bisschen freaky können jetzt zum Tresor und ich habe vergessen, die Kombination einzustellen. Hallo, ich hätte gerne mein Inventar. Danke. 45 Wie kann ich das denn machen? Ah! Dann 10 sehr clever und dann 25 Loll, es hat funktioniert! Ich freue mich so! Eieieie! Was ist das denn, Alter? Ich störe, meine Mutter hat auch so eine äh Mosaik Glasscherben-Kackhugel. Nur ein Haufen Krimskrams. Ja, das meinst du vielleicht auch nur. Da ist bestimmt ein Schatz. Vor allem die Zahnbürste ist ja so hart von geil. Das sieht irgendwie anders aus als alle anderen Bilder. Das sieht hier so schon fast realistisch aus, sagen wir mal, ne? Also, guck mal, die Zahnbürste und so, das sieht nicht aus wie die ganzen anderen Pissbilder. Aber gefällt mir nicht so. Das andere war cooler. Rose. Schädel. Murmel. Ne Murmel, ja? Dein scheiß Ernst. Voodoo-Puppe? Okay, da war nicht die Voodoo-Puppe. Ne Voodoo-Puppe? Äh, ein Ring? Ein Zahn. Ein Zahn, der deinen Namen trägt. Blä, 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 blä. Ich seh keinen Zahn. Äh, Plattenspieler. Knopf. Egal. Ne, das wollte ich gar nicht. Was war das denn? Geld. Ha, geil. Ein Einhorn. Holen. Ähm, Piratenbeute? Ja, was weiß ich. Kann ja alles sein, ne? Hat so ein Pirat halt erbeutet. Das kann ja alles hiervon sein. Ne Uhr. Aber Goldene Uhr war eine Eigendings. Schatztruhe, ist auch eine Schatztruhe, nur Affe. Zahn. Zahn? Ich meine, so einen richtigen Zahn-Zahn? Zahn-Zahn. So einen richtigen Zahn-Zahn. Komm, nur ein Tipp. Ach, so ein Zahn. Oh, manchmal ist man aber auch wie, wie verblendet. Ne. Wir haben... Der Ventilator steht aus, als er hat. Wenn er jeden Moment herunterfällt. Nee, der bewegt sich auch. Ne. Ich hab schon gedacht, ich tappe jetzt wieder raus. Das hat irgendwie schon... Aber ne. Nix passiert. Alles gut. Äh... Ja, wir sind bei sieben Minuten. Da können wir doch riskieren, nochmal eben... ...den Knopf dran zu machen. Ja, was passiert jetzt? Passiert ihr irgendwas? Muss ich irgendwas machen? Lösen? Achso. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Alter. Ich verstehe die Aufgabe, ehrlich gesagt nicht. Die müssen alle leuchten, ne, was? Scheiße. So. Gott sei Dank. Ich dachte, das war ja ein komisches Spiel, Alter. Da hab ich ihn nicht verstanden. Ich bin ein Verweizen. What? Crash the fire angemerkt. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt schon bei knapp neun Minuten. Fast neun Minuten. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf gehen sollten. Sollen wir da machen, oder sollen wir da machen, oder sollen wir ne? Komm, wir machen jetzt ne kurze Folge. Wir haben ja auch schon eine Folge gemacht, die länger sind. Können wir jetzt auch ne Folge machen, die super kurz ist. Juckt doch keinen. Also, wenn ihr wieder reinschalten wolltet, weil ich möchte ja immer ungefähr zehn Minuten machen. Jetzt kann ich natürlich noch 50 Sekunden labern, dann passt das. Gar kein Problem. Aber, ne, ich wollte ungefähr immer zehn Minuten machen. Manchmal habe ich aber auch Folgen, die war eine Viertelstunde. Also kann ich jetzt auch ne Folge machen, die nur neuneinhalb Minuten ist. Ist ja geil, ne? Was soll das? Gut. Und, dann sage ich einfach mal, schaltet dann wieder rein, wenn ihr sehen wollt, was dann da mit dem Feuer auf sich hat. Und, äh, vielen Dank für das dabei sein bis hierhin. Äh, bis zum nächsten Mal. Schossen!